Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine iTunes Karte sowohl am Computer als auch am Gerät selber einlösen kann. Dazu müssen wir erstmal auf iTunes klicken. Dann gehen wir hier auf den iTunes Store. Dort gehen wir hier rechts auf Einlösen. Und hier geben wir dann diesen Code ein, der hinten auf der Karte freizukratzen ist. Dann drücken wir auf Einlösen. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man es mit dem Annehmen-Gerät selber macht. So, am Gerät selber gehen wir auf den App Store und auf Highlights. Dort scrollen wir ganz herunter und drücken hier auf den Einlösen-Button. Dort können wir dann den Code, der auf der Rückseite der Karte freizukratzen ist, eingeben. Dann müssen wir uns noch anmelden und das Geld wird auf unser Konto überwiesen. Das war mein kleines Tutorial. Ich hoffe, ich konnte helfen.